30 Folgen, 24 Angler, 4 Gruppen, 3 Zielfische, ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 15. Folge und damit zur dritten Episode der Gruppe D. Nach Tag 1 grüßt Patrick Marable vom Team Luz von der Tabellenspitze. Er konnte sagenhafte 11 Wertungsfische fangen, darunter alle drei Fischarten und so kann er mit einer Fullcard und unglaublichen 475,1 Punkten in den zweiten Tag starten. Eine wirkliche Schwäche besitzt sein Tableau bei dieser Punktzahl natürlich nicht. Das meiste Potenzial zur Verbesserung bieten mit Sicherheit die 20 Topwaterpunkte, die er sich bislang noch nicht erfischt hat. Doch auch ein 70er Zander, ein 40er Barsch oder ein 90er Hecht wären größenmäßig nochmal ein Upgrade zu den bisherigen Fischen. Auf Platz 2 liegt Landry Rosanne von Fischexplorer mit drei Hechten und einem Zander. Der Belgier hat am ersten Tag zwei dicke Argumente fürs Weiterkommen gesammelt. Zunächst konnte er einen Hecht auf Topwater fangen und dann gab es kurz vor Schluss auch noch einen Meterhecht beim Barschangeln. Doch genau da liegt auch sein Problem. Er braucht keine Hechte mehr, sondern mindestens einen Barsch, sonst wird er vermutlich nicht in die nächste Runde einziehen. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura rangiert mit zwei guten Barschen, einem Hecht und einem kleinen Zander auf Platz 3. Er hat alle drei Fischarten, wobei der Zander definitiv das größte Verbesserungspotenzial bietet. Topwaterpunkte hat er keine. Die hat in Gruppe D bisher nur Landry. Platz 4 belegt momentan Christian Wienicke von Savage Gear. Der Hamburger hat schon alle drei Fischarten und mit fünf Fischen, einigen Fehlbissen und Aussteigern auch schon kräftig an der Fullcard geschnuppert. Seine Fischgrößen sind jedoch noch sehr ausbaufähig, denn vier von fünf Fischen liegen unter der 60-Punkte-Marke. Der Schweizer Markus von Eul liegt mit zwei guten Hechten und einem guten Zander auf Platz 3. Der Vorteil des Bullseye-Fishing-Gründers liegt bei den Fischgrößen, doch für die Zwischenrunde braucht er auf jeden Fall einen Barsch. Von Aussteigern kann Luis Mendez ein Lied singen. Auch quergehakte Fische plagten den Dortmunder an Tag 1. Immerhin schafften es aber auch zwei Zander regulär in den Kescher. So hat er die Chancen für Tag 2 auf jeden Fall wahren können. Landry, Markus und Enrico sind heute in Zone 3 unterwegs, während Patrick, Christian und Luis Zone 1 angeln. Fünf der sechs Angler haben sich so früh wie möglich auf den Weg zu ihrem ersten Spot gemacht. Nur Tabellenführer Patrick hat sich dazu entschieden, heute später starten zu wollen. Wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, sitze ich im Auto. Tag 2 YPC 2021 Gruppe D. Ich wollte eigentlich heute nur auf Hecht angeln, nur verschiedene Polder befischen. Ich habe echt ein paar schöne Polder gefunden beim Training. Aber ich habe das Problem, dass ich dann höchstwahrscheinlich den Barsch liegen lasse. Und deswegen werde ich jetzt zur ersten Stunde, wo es möglich ist zu fischen, erstmal den Barsch angreifen. Ich hatte mir vorgenommen für dieses Jahr nur Spots zu fischen, die man noch nicht kennt beim YPC. Das liest man öfters in den Kommentaren. Die Leute wünschen sich, dass nicht die Angler immer in den gleichen Ecken fischen. Das wird jetzt beim ersten Spot leider nicht funktionieren. Das ist eine bekannte Stelle. Ich hatte in meinen drei Tagen Training leider in der Zone 1 keinen neuen Barsch-Spot gefunden. Ich hoffe, ich kann da schnell einen Haken hinter dem Barsch hintersetzen und werde dann hoffentlich euch mal ein paar richtig schöne Hechte noch zeigen. Richtig geiles Hecht angeln, Polder angeln. Ich freue mich drauf. Heute ist das Motto, die letzten werden die ersten sein. Und auf geht's, Freunde. Drückt mir die Daumen. Ja, Leute. Bad News. Ich bin am Spot angekommen und ich sehe da vorne einen Angler laufen. Und das Auto kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Das ist nämlich mein Nachbar. Und das ist Christian Wienerker. Und das ist das Problem. Ich habe euch gesagt, ich werde jetzt einen Spot befischen, den sehr viele Leute kennen. Christian hat wahrscheinlich die gleiche Vision. Ich werde ihn hinterherlaufen. Er ist jetzt der Erste, der am Spot ist. Er darf sich aussuchen, wo er fischt. Und ich darf dann mit 10 Meter Abstand neben ihm angeln. Der Spot ist groß, Gott sei Dank. Also man hat da ein bisschen Platz. Ist jetzt nicht geil. Ich habe aber jetzt leider keinen Plan B auf die Schnelle, wo ich wüsste, hier in der Gegend einen Barsch zu fangen. Schlecht gelaufen, aber ich muss es so nehmen, wie es ist. Moin, moin, liebe Zuschauer und willkommen zu Tag 2. Mein Ziel heute ist halt auf alle Fälle, erstmal den sechsten Fisch natürlich zu fangen und dann upgraden. Also das muss das ganz große Ziel sein, sonst wird es für mich nicht reichen. Diesen Spot, wo ich jetzt bin, wird der eine oder andere aufmerksame YPC-Zuschauer kennen. Hier wurden schon einige Duelle ausgetragen. Im Training hat er sich auch wieder bewiesen und deswegen war das meine erste Wahl. Hoffentlich sind die Fische da und ich kann schnell den sechsten Fisch fangen und vielleicht den einen oder anderen besseren nachlegen. Moin. Soll es echt darin gehen. Ja, ich habe dir aber gesagt, ich muss vorher einen Barsch fangen. Ja, ich auch. So, das tut mir ja echt leid, dass wir beide anscheinend die gleiche Vision heute haben. Aber das wusste ich nicht. Du warst als erstes da, du darfst dir aussuchen, wo du angeln willst und dann werde ich mich mit Abstand daneben stellen. Ja, kein Problem, da kriegen wir schon hin. Heute Morgen hast du ein bisschen mehr gefreut, als du mich gesehen hast auf der Terrasse. So, erstmal nochmal so. Hi. Gut, wir haben ja noch ein paar Minuten, bis es losgeht. Wir werden uns schon einig. Ja, das ist natürlich spannend. Da haben wir doch ein Battle im Battle, wenn man so will. Ich denke, Luis will wahrscheinlich wirklich nur vielleicht ein, zwei Barsche fangen und dann seine Hechte ärgern. Das ist mein Plan, ja. Und ich brauche nur einen Fisch. Und je nachdem, wie wir hier drauf sind, bleibe ich oder wechsle. Das wird sich ergeben. Mal gucken, was hier geht. Hoffentlich fangen wir beide unsere Fische, die wir hier wollen. Also ich will wirklich an diesem Spot nicht lange fischen. Ich will nur einen vernünftigen Barsch haben und dann sage ich, der Spot gehört dir. Die letzten Minuten, bevor es losgeht. Christian, viel Glück, aber nicht zu viel. Ihr auch so. Auf geht's. Tag zwei. Bonjour et bienvenue, willkommen in Group D, for the second day. Bienvenue dans le Group D pour le deuxième jour de compétition. Hier, c'était juste fou la fin de journée, là dans les dix derniers. Minuten, ich habe einen enormen Barsch. Aber es ist mir fehlt, weil ich sechs Stunden auf dem Spot, um die Barsch zu holen. Ich habe noch nie gehabt. Also heute, mein Ziel ist, dass ich eine Barsch zu holen und meine Scoreboard complete. Ich habe den ersten Spot, weil es sehr kalt ist. Es ist komplett verraten. Schaut nach mir. Es gibt noch Probleme. Wir werden sehen, ob wir die Barsch zu holen. Diese Barsch zu holen. Ich werde sie 10 Minuten holen. Wenn die Barsch zu holen, in der ein bisschen profond ist, dann werden wir vielleicht noch eine Barsch zu holen. Und wenn das nicht so ist, dann werden wir gehen. Wir werden jetzt noch andere Spots verraten. Der Barsch ist wirklich, dass es heute Morgen eine Barsch zu holen. Ich hoffe, dass es mir nicht 6 Uhr dauert. Und dann werde ich pêcher des Zandres. Ich werde versuchen, meine Kota zu holen. Und ich werde versuchen, die Barsch zu holen. Die Barsch zu holen, die mehr 60 cm zu holen. 7.59 Uhr. Eine Minute bis zum Startschuss. Und diese Minute wollte ich ganz kurz nutzen, um euch zu sagen, was ich heute mache. Ich bin an einem Stadtpolder unterwegs. Die ersten Würfe, die ich machen werde, sind immer Topwater. Einfach auch, um in den Morgenstunden das nicht zu verschwenden. Und natürlich danach werde ich die Mittelwasserflächen abfischen. Und nur mit Spinnerbait oder anderen großen Ködern, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird hier heute hart auf Hecht geleiert, denn ich brauche zwei Stück. Also drückt mir die Daumen, dass das heute klappt. Dann habe ich eine Chance, weiterzukommen. Und jetzt ist es, glaube ich, schon 8 Uhr. Ich schaue noch mal drauf und dann kann es auch losgehen. Immer noch 7.59 Uhr. Egal, ich bin heiß. Los geht's. Es ist unmöglich, sie haben in der Wasser gearbeitet. Und jetzt ist es, glaube ich, alles ist komplett verletzt. Es gibt sicherlich keine Barsche. Ich werde also nicht machen meinen ersten Lanzer hier. Sonst, ich werde Zeit auf der Straße verlieren. Ich werde also meine ersten Lanzer für ein anderes Spot. Und wir haben mehr oder weniger 10 Minuten von der Straße. Also, es wird zumindest 10 Minuten, die ich nicht verletze. Ich werde also nicht hier lancer. Schaizer, das war mein besten Spot der Barsche der Tag. Der destin ist nicht mit mir, da für den Moment. Ich werde jetzt mal. YPC Gruppe D, Tag 2. Wir sind am ersten Spot angekommen. Es ist 8 Uhr, es ist 24 Grad warm. Wir versuchen es hier topwater auf Barsch. Eine relativ kleine Fläche, wo wir das probieren werden. Wenn es geht, mega. Wenn nicht, gehen wir auch schon bald weiter am nächsten Spot. Also drückt mir die Daumen, dass ich heute meinen Barsch kriege, plus noch zwei andere dicke Fische. Dann starten wir auch schon mit dem ersten Wurf. Ja. Man hat das denn hier. Ach, ein Thunder sogar. Fisch. Yes! Da haben wir tatsächlich einen Doppel drin hingekriegt. Christian hat den Zielfisch. Das macht mich natürlich jetzt noch nervöser. Ihr seht es am Köder. Ich hatte vor, eigentlich einen Barsch zu fangen. Gucken, ob der Maß hat. Der ist 47. Yes Leute, den hab ich gebraucht. Den hab ich so dringend gebraucht. Richtig wertvoller Fisch. Und der hat sich den VT Spin richtig reingehauen. Total geiler Biss. Der bringt Punkte. Hammer. Da geht rüber. 38. Jetzt beim Kontrollmessen für das Beweisfoto, wie lang der war, hat sich herausgestellt, der ist sogar 47,5. Dadurch wird der aufgerundet auf 48. Ich freue mich, auf den ersten Würfen einen Fisch zu fangen. Christian präsentiert gerade seinen Barsch. Ich werde auch mal jetzt direkt hinterher werfen und versuche noch einen schönen Barsch zu fangen. Das ist wichtig. Tschüss, danke dir. Super. Karte voll. Und eine schöne Größe, so wie ich sie brauche. Geiler Start. Und witzig war, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass wir einen Doppeldrill vielleicht hinkriegen. Und im Grunde, Luis hatte seinen Zander, glaube ich, gerade im Kescher. Da kam bei mir der Einschlag. Geil. So, jetzt muss ich Gas geben. Mit dem Fotzen Petry. Ja, auch dickes Petry. Mit einem Doppeldrill beginnt der erste Tag. Während Luis seinen dritten Zander fängt und Sechser bleibt, macht Christian mit einem 38er Barsch die Karte voll und klettert an Landry und Enrico vorbei auf Platz 2. Hier wird mit allen Mitteln gekämpft. Yes. Yes, yes, yes. Geil. Upgrade. Ja, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Stress ist hier und wo ein Wern dennoch noch nebeneinander steht. Wieder gleiche Farbe wie der Fatay Spin. Ich liebe diesen Jigspinner. So wertvoll und so ein Affengeiler Biss. Im Training habe ich den zweiten Fisch verloren. Heute hat es geklappt. Yes. 36, ne? Nun beginnt das Upgraden. Wie schon erwähnt, hat Christian noch vier kleinere Fische in der Wertung. Das hier ist genau das richtige Gegenmittel. Ein 25er Barsch fliegt raus und so kann sich der Savage-Giermann um 22 Zähler verbessern. Markus versucht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und fischt Topwater auf den fehlenden Barsch. Ich fische jetzt hier mit der Spin-Version von der Lucky. Lucky Luck. 2,25 Meter bis 21 Gramm Wurfgewicht mit einem Popper und hoffe so einen Barsch hoch zu holen. Ich werde danach auch noch ein Stickbait probieren, aber führe jetzt erstmal recht langsam. Also nur alle Sekunden, alle zwei Sekunden einen Schlag und gar nicht zu viel Aktion. Und wenn sie darauf nicht reagieren, dann werde ich den Köder ein bisschen schneller führen und danach auch noch auf Stickbait etc. wechseln, der dann richtig Radau macht mit einem Haufen Rasseln drin. Aber ich hoffe, wir kriegen einen hoch. Ja, der Christian, der macht es mir hier gerade vor. Das macht für mich gerade die Sache nicht einfacher, weil ich natürlich mich frage, was ich hier anders mache. Ich kann natürlich mich nicht ganz genau so hinstellen wie er, weil wir müssen ein bisschen Abstand halten. Und ich kann, ich sage jetzt mal, diesen heißen Bereich nicht so ausfischen durch die Strömung, wie ich das gerne will. Trotzdem habe ich eine reelle Chance auf den Barsch und die Stelle ist sehr gut eigentlich, um ein paar Fische zu fangen. Das wäre es gewesen, dann hätte ich den kleinen Hecht austaufen können. Das ist ja eigentlich auch mein Ziel. Also eigentlich müsste ich jetzt auch auf Hecht gehen, aber wenn die Barsche gerade so laufen, ist ja die Chance auch gut, einfach einen großen Barsch zu fangen und damit den Hecht auszutaufen. So ein 38er Barsch, der nimmt den kleinen Hecht locker raus und ich muss halt größere Fische heute fangen. Jetzt machst du mich nervös, Christian. Drei Barsche in drei Würfen. Du wolltest hierher, du hast jetzt davon. Christian ist echt on fire. Also Leute, was geht ab hier? Also Schlag auf Schlag gerade. Das tut so gut, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da fällt so viel Amtsspannung ab und das Magengrummeln hört auf. Geil. Und genau so eine Größe brauche ich. 38. Gesagt, getan. Ein 38er Barsch ersetzt den 55er Hecht vom Vortag. Christian macht weitere 21 Punkte gut und liegt nun bei 411,9 Punkten. Das kann sich schon sehen lassen. So, nach wie vor für den Fat Tape Spin und habe davor ein kleines Stück Stahl montiert. Hier an so einen kleinen O-Ring. Fände ich immer ein bisschen unauffälliger wie einen dicken Wirbel. Und dann habe ich hier nochmal so 70, 80 cm, 39er Fluch. Ein bisschen stabiler als die meisten Barschangler das machen würden. Weil ich im Training einmal den Fisch verloren hatte und das darf heute auf keinen Fall passieren. Deswegen muss das ein bisschen stabiler sein. Auch den Fisch zuliebe. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Supergeil! Dann haben wir schon zwei. Ja, man. Fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das! Yes! Nice! Mission complete, oder? Mission complete! Und da ist... ... 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